Projekt gegen Mobbing Was neben dem psychischen Stress für die Betroffenen auch einen nicht unerheblichen finanziellen Schaden für die jeweiligen Lieferdienste zufolge hatte. Auch für sogenannte Sweating-Attacken, also dem fälschlichen Ausrufen von Polizei- oder Feuerwehreinsätzen, zeigte sich die NWO verantwortlich. Lange Zeit sind die kriminellen Mitglieder dieser Organisation davon ausgegangen, sie seien unantastbar. Nun wurden sie eines Besseren belehrt. Die inzwischen Dutzenden Opfer dieser menschenverachtenden Cybermobber werden nun hoffentlich endlich Gerechtigkeit erfahren. Auch im sogenannten Drachen-Game war die NWO bis zum Schluss sehr aktiv. So beleuchten die Razzien im Übrigen auch nochmal einen ganz anderen Aspekt im Fall des Drachenlord-Hass-Influencers der Heilige Ofenkäse. Es ist schließlich ein offenes Geheimnis innerhalb der Szene, dass der Heilige Ofenkäse lange Zeit engen Kontakt zu hochrangigen Mitgliedern der sogenannten NWO hegte. Man besprach sich des Öfteren im Discord und plante so zum Beispiel gemeinsam weitere brutale Mobbing-Aktionen gegen Herrn Rainer Winkler. Der Berliner Hass-YouTuber Einfach Mimon, der bereits schon mal eine Razzia über sich ergehen lassen musste, stand ebenfalls in Kontakt zu dem Heiligen Ofenkäse. Da in einem Artikel der Tagesschau davon berichtet wird, dass nun unter anderem auch in Berlin Razzien stattgefunden haben, liegt der Verdacht nahe, dass der Cyberkriminelle mit dem Pseudonym Einfach Mimon, der nach eigenen Angaben in Berlin ansässig ist, ebenfalls davon betroffen war. Denn seit einigen Tagen erscheinen auch keine neuen Inhalte mehr auf seinen Hassverbreitungskanälen. Es ist gut möglich, dass der Heilige Ofenkäse nun selbst Probleme aufgrund seiner Kontakte zu den kriminellen Mitgliedern der NWO sowie seiner mutmaßlichen Beteiligung an etwaigen Straftaten in diesem Milieu bekommen hat. Um es gleich vorweg klarzustellen, bevor man wieder versucht, uns irgendwelche Behauptungen zu unterstellen. Es handelt sich lediglich um Mutmaßungen und das ist nicht verboten. Jeder von euch kann ja selbst entscheiden, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich das Ganze ist. Fakt ist, es gab besagte Razzien bei NWO-Mitgliedern und Fakt ist auch, dass der Heilige Ofenkäse nachweislich enge Kontakte in eben diese Szene hatte. Es ist also gut möglich, dass der Mobbing-YouTuber nicht wie zunächst behauptet, im Krankenhaus liegt, sondern zu Hause vor Angst zittert und hofft, dass bei den Razzien nichts über ihn und seine Machenschaften innerhalb der NWO-Szene gefunden wird. Oder aber er wurde bereits diesbezüglich von der Polizei verhört und ebenfalls angeklagt. Man weiß es im Moment nicht. Was ebenfalls einen möglicherweise relevanten Umstand darstellt, ist folgendes. Der Hass-Influencer einfach Mimon hatte letztes Jahr aufgrund seiner Straftaten bzw. seiner Beteiligung an solchen Konflikte mit der Justiz. Ein Zuschauer unseres Kanals machte uns darauf aufmerksam, dass der Berliner Mobbing-Aktivist eventuell sogar gegenüber der Polizei entscheidende Hinweise zu weiteren Mitgliedern der Szene gemacht hat, wodurch die Razzien überhaupt erst möglich wurden. Immerhin gilt einfach Mimon als bestens vernetzt und es ist bekannt, dass er mehrere Mitglieder der NWO persönlich kannte. Aufgrund der charakterlichen Schwäche und aufgrund der vermutlich antisozialen Persönlichkeitsstruktur des Berliner Cybermobbers erscheint es nicht gerade abwegig, dass er zu seinen eigenen Gunsten andere ans Messer geliefert hat. Er war ja damals auch ein enger Vertrauter von Rainer Winkler und hat, nur um Content generieren zu können und um sich einen Namen in der Szene zu machen, private und brisante Informationen über Winkler veröffentlicht. Sprich, er hat vertrauliche Infos letzten Endes rein für seinen eigenen Vorteil öffentlich gemacht. Ähnlich könnte es auch hier gelaufen sein. Um seine Strafe zu mildern, nannte er Namen oder gab Hinweise bezüglich anderer NWO-Mitglieder. Dieses Verhalten würde jedenfalls perfekt zu seinem rücksichtslosen Internetauftritt passen. Es geht Narzissten und Psychopathen wie ihm lediglich um das eigene Wohl bzw. um den eigenen Vorteil. Was den heiligen Ofenkäse angeht, könnte das Blatt ebenfalls noch eine interessante Wendung nehmen. Sollten die Behörden ihm tatsächlich seine Kontakte zur NWO nachweisen, was aufgrund zahlreicher Videobeweise auf YouTube nicht allzu schwierig sein sollte, so dürfte es nun auch für ihn ziemlich ungemütlich werden. Eventuell bewahrheitet sich dann auch noch ein Verdacht, der schon lange im Raum steht. Nämlich, dass er die Spenden seiner Zuschauer veruntreut hat. Und dann wäre eventuell in Zusammenhang mit anderen potenziellen Straftaten sogar eine Gefängnisstrafe möglich. Wäre schon irgendwie ein bisschen komisch, wenn statt Winkler der heilige Ofenkäse im Gefängnis landet, wo er es doch immer war, der sich in seinem Mobbingrausch nichts mehr als eine Gefängnisstrafe für Winkler gewünscht hat. Es bleibt abzuwarten. In diesem Sinne wünschen wir euch eine hassfreie Restwoche. Euer PGM Team PGM Team PGM Team